Hallo, ich begrüße euch. Review zu einem Nikon Teleobjektiv, einer Festbrennweite 300 mm Blende 4 und das ominöse Kürzel PF hinten dran. Ihr könnt schon mal raten, welches von diesen Objektiven dann das 300 mm Teleobjektiv ist. Nikon 300 mm Blende 4 E PFEDVR. Wofür steht wohl das PF? Für mich ist das ein universal immer dabei Tele. Und warum? Das seht ihr hier. Das ist das 70-200-28, das ist das 24-70-28. Hier hast du ein Gewicht von 1,5, mehr als 1,5 Kilo und eine Länge von 21 cm. Hier sind es 0,9 Kilo und eine Länge von 13 cm und das 300er Tele ist gerade mal 14,7 cm lang und wiegt nur 755 Gramm. Also, hier gibt es keine Ausrede. Das kann auf jeden Fall in deine Kameratasche und das kannst du immer mitnehmen und dann hast du ein hervorragendes Teleobjektiv immer dabei. Ihr fragt euch bestimmt, warum ist das Objektiv so leicht und so kompakt? Das hat eine Fresnel-Linse und die ermöglicht solche volumenreduzierte, massenreduzierte Bauweise. Ich nutze das Objektiv für die Tierfotografie, für Distanzporträts, insbesondere auch Kinderporträts. Ich nutze es natürlich auch in der Streetfotografie und du kannst auch mal damit relativ große Abbildungsmaßstäbe realisieren und es kann durchaus mal das Makroobjektiv ersetzen. Und deswegen habe ich es eigentlich immer dabei, immer dann, wenn ich so die mittlere Kameraausrüstung mitnehme, dann habe ich das dabei. Und in meinem Bericht über, was nehme ich mit in Urlaub, da habe ich schon erwähnt, dass ich oftmals das 70-200 zu Hause lasse und stattdessen lieber das 300er mitnehme, weil es leichter ist. Und weil ich denke, man kann das gerade gut gebrauchen. Ja, eine Festbrennweite. Ich finde, die Festbrennweite eröffnet dir mehr kreative Möglichkeiten und deswegen schätze ich die Festbrennweite. Du bist eventuell gezwungen, mal ein bisschen weiter zurückzugehen, deine Kameraposition zu verändern und du kriegst quasi so einen externen Impuls, kreativ mit deinem Bild zu arbeiten. Und deswegen schätze ich grundsätzlich Festbrennweiten und nehme die eigentlich lieber mit als Zooms. Ich blende dir immer mal ein paar Bilder ein, damit du die Bildqualität beurteilen kannst und sag dir jetzt noch ein paar technische Details. Als erstes, das ist nicht aus Metall, das ist aus einem super robusten Polycarbonat Kunststoff. Und ich finde, diese Kunststoffe, die es heute gibt, die sind deutlich im Vorteil gegenüber Metall. Wenn es einen Stoß bekommt, es verformt sich nicht und diese Kunststoffe brechen auch nicht. Das sind Extremsbelastungen, bis die brechen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, die sind deutlich haltbarer als Metallwerkstoffe, obwohl Metall immer noch als die optimale Qualität gilt. Aber ich glaube, das ist nicht wahr. Und diese Materialien sind deutlich leichter. Und es hat sich einfach, Metall steht für Qualität. Das habe ich auch schon bei der D5, bei meinem D5 Review gesagt. Und aber die Nachteile, die es zumindest im Bereich des Gewichtes gibt, finde ich zu groß. Und ich glaube, in der Stabilität haben die Kunststoffe keinen Nachteil. Weil ich würde sogar so weit gehen zu sagen, die haben Vorteile. Dichtlippe am Metallbajonett. Also alles in allem eine spritzwassergeschützte, solide, stabile Sache. Was haben wir weitere technische Möglichkeiten? Du hast natürlich einen Bildstabilisator. Den kannst du abschalten und in einen Sportmodus schalten. Weil dieses Objektiv ist natürlich auch super für die Sportfotografie geeignet. Du kannst den Autofokusbereich etwas reduzieren, so dass du schneller scharfstellen kannst, wenn du keine Fokussierung im Nahbereich benötigst. Und natürlich kannst du das auf manuellen Fokus schalten, das Objektiv. Da ist eine Gegenlichtblende dabei. Und es gibt auch eine Objektivschelle. Die habe ich gekauft, ist aber völliger Quatsch. Die ist völlig nutzlos, weil das Objektiv ist ja so leicht. Und ich fotografiere mit der D5 und mit der D750. Und da habe ich die Hauptmasse in der Hand, die Kamera. Und da spielt das Gewicht überhaupt keine Rolle mehr. Und auch hier das 24-70 hat ja auch keine Stativschelle. Und das ist nochmal deutlich spürbar schwerer. Also kauft nicht die Stativschelle. Ihr fragt euch jetzt sicher, wie sind die Auswirkungen dieser Fresnelllinse auf das Bokeh, auf die Schärfe, eventuell auf die Streulichtanfälligkeit bei Gegenlicht. Oder gibt es sonstige optische Nachteile. Ich konnte keine feststellen. Es hat ein fantastisches Bokeh. Und die Schärfe ist super. Und auch Streulicht, Gegenlicht, überhaupt kein Problem. Und ich habe auch viele Blogs und Berichte im Internet dazu gelesen. Und die sind alle begeistert von dem Objektiv. Und eigentlich wundert es mich, dass das nicht ein bisschen mehr Resonanz im deutschsprachigen Raum auf YouTube hat. Und auch sonst eigentlich von diesem Objektiv nicht viel die Rede ist. Schade. Denn es ist auch heute nicht mehr teuer. Das ist relativ preisgünstig. Schau mal, was der aktuelle Preis ist für so ein sehr innovatives Objektiv. Und ich habe in meinem Bericht zur Zukunft der Fotografie, habe ich ja schon gesagt, das ist so eine der letzten wirklichen technischen Innovationen, die es im Bereich der Fotografie gab. Ja, und du hast noch weitere Möglichkeiten. Du kannst nämlich noch einen Telekonverter nutzen mit dem Objektiv. Ich habe hier den TC14E3, also die dritte Version dieses Telekonverters. Und da erhältst du eine Brennweite von 420 mm und die Offenblende ist 5,6. Und du hast damit immer noch ein kompaktes Gesamtsystem. Wirklich eine tolle Lösung. Ja, der Autofokus, da spürst du eventuell mal, dass er nicht so sitzt, dass er mal nochmal hin und her geht und eventuell ein bisschen langsamer fokussiert, als wenn du ohne Konverter arbeitest. Die Bilder sind etwas weicher, aber die lassen sich hervorragend nachschärfen. Sicherlich, wenn du mit dem Fadenzähler die Auflösung beurteilst, hast du bestimmt ein ganz paar Nachteile. Aber ich habe hier sogar noch gekroppt und habe eine wunderbare Bildqualität bekommen. Und das ist wirklich eine tolle Ergänzung. Und dadurch erweiterst du mit relativ kleinem Geld nochmal dein Objektivspektrum und deine Brennweite. Ja, das war das Review zum besonderen Nikon Tele. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ich bin ja immer sehr interessiert daran, ob ihr vielleicht so ein Objektiv schon habt, ob ihr mit dem Gedanken spielt, solch ein Objektiv zu kaufen. Vielleicht habt ihr noch eine Frage an mich oder ihr habt auch eine kritische Position zu dem Objektiv. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber mich würde das sehr interessieren. Deswegen teilt das in diesem Kanal. Teilt es mit meinen anderen Zusehern und schreibt mir was in die Kommentare. Gerne auch Fragen. Ich versuche, die alle zu beantworten und bin sehr neugierig, was so deine Meinung zu diesem Objektiv ist. Ja, wenn du mehr über Fotothemen sehen möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Da bist du immer informiert. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017